Keine Panik vor dem Schwammspinner. Der Schwammspinner liegt in warme und trockene Gegenden. Der Falter liegt nachts von Juli bis Ende September. Die Raupen sind zwar für manche Menschen lästig, aber nicht gesundheitsgefährlich. Schädlich sind sie auch nur bei Massenvermehrungen. Im Frühling, wenn die Blätter ausbreiten, schlüpfen die kleinen Raupen. Drei bis vier Monate lang pressen sie circa so ein Quadratmeter Laub, am liebsten Eichen. Dann verpuppen sie sich und ruhen zwei bis drei Wochen. Und im Sommer schlüpfen dann die Falter. Wegen dieser schwammähnlichen Eigelege gab man dieser Trägspinnerart den Namen Schwammspinner. Sie legen bis zu 1000 Eier an den Baumstämmen oder Essen. Eine ganze Woche lang kümmern sich die weiblichen Schwammspinner dem Schutz ihres Gelebens. Sie bedecken es mit bräunlich-gelber Afterwolle, damit es über den Winter geschützt ist. Das dauert so eine Woche lang und dann stirbt das Weibchen. In einem naturnahen, artenreichen Wald mit vielen Fressfeinden kommt es meist zu keiner Massenausbreitung. Unsere Staatswälder aber werden zum Teil massiv ausgelichtet und dadurch gelangt mehr Sonne und Trockenheit in die Waldgebiete. Das fördert natürlich die Verbreitung des Schwammspinners. Wenn der Frühling dann zu trocken und zu warm wird, kann es zur Massenvermehrung kommen. Sie vernichten aber keine Eichenwälder, sondern selbst nach einem Kalfraß erholen sich die Bäume. Nur der jährliche Baumzuwachs ist dann halt geringer. Deshalb überwacht Hessenforst mit Pheromonfallen die Schwammspinnerpopulation. Auch im Lampathimerwald. Wenn Massenvermehrung erkannt wird, werden weitere Schritte eingeleitet. Die Raupen haben viele natürliche Fressfeinde. Zum Beispiel Laufkäfer, Baumwanzen, Kröten, Vögel, Eidechsen etc. Sowie Viren, Bakterien und Pilze bei Massenvermehrung nach waldbaulichen Filtern. Die Natur redet alles bestens von selbst. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also keine Panik vor dem Schwammspinner. Untertitelung des ZDF, 2020